Hallo meine Lieben und herzlich willkommen in einer weiteren Folge PUBG! So. Alles begrüßen Sie von Flugdeck an die Aurora, Xcloud1, ZTG Martin und Strobel09. Wo gehen wir hin? Die Flugbegleiter, ich sage, die Sie haben ja nicht so. Die Notausgänge würden sich vorne am Flieger, in der Mitte... Bendita? La Bendita. Ja. Das habe ich leider gerade nicht, Stefan. Was? Das ist wahrscheinlich jetzt alle Heilmittel gegen Mückenstiche, was der Stefanie gerade gesagt hat im Chat. Ja, wächst fast überall, ja. Ich gehe einfach jetzt durch den Wald und... Brennnessel. Nehme einfach alles und rein, was ich so genieße. Pack Brennnessel und Mückenstich. Was? Du weißt doch, auf den Runden herum reiben, dann tut der Mückenstich nicht mehr weh. Ja, dann kannst du doch. Genau, dann tut nämlich alles andere weh. Ich bin schon fast gelandet. Ja. Ach du Heiliger. Da habe ich es ja richtig weit geschaffen. Also ich schaffe es drin, aber es dauert ein bisschen. Ne, ich gehe jetzt hier. Ja, Xcloud1, die da reinkommt. Ich muss vorher laufen. Ich schau mal hier. Ja, dafür hast du einen Rohbaustrubbel. Wenn ich ankomme, kommt die Zone wahrscheinlich. Was soll ich denn sagen? Junge. Ne, jetzt habe ich schon direkt eine gute Waffe. Ja, ich lande. Ich lande. Alle aus dem Weg. Ich lande. Ich lande. Oh, naja, weißt du. Perfekt. Klull. Wer hat hier den Streamer-Loot? Ich net. Er schieß es, er schieß es, es zappelt. Ich lande. Ne, ne, ne. Ne. Hahahaha. Wie mein... Ups, Finger abgerutscht. Nee, das passiert nicht. Der Ex-fro kann sich übernehmen. Willi und auch die Mierer-Looten. So eine Waffe wäre echt doch was Schönes. Habt ihr jetzt noch keine Waffe oder was? Falls ihr noch einen Helm braucht, dann ist ein Helm übrig. Ne, da war ich schon. Da wollte ich hin. Ich habe jetzt gerade einen Empfehl gefunden, mir geht es gut. Was euch zu gut geht, wissen wir. Na ja, habe ich auch nicht. Ich laufe mal. Ich habe nur eine Pistole. Hallo. Ich habe eine AK. Aber wir sind in der Zone, immerhin. Hallo der Anti-Gambler, was geht? Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Bald ist Gamescom. Echt? Hätte ich nie gedacht. Nächste Woche. Boah. Hat ein Glück. Ich freue mich. Verdammt, ich freue mich. Das wird super großartig. Toll, toll. Toll, das wird toll, das wird toll. Das hatte ich versucht, aber ich habe es nicht hingekriegt. Toll, toll, das wird großartig. Toll, toll. Das wird großartig. Das wird großartig. Vor allen Dingen ich, ich so, hm, ja, egal. Ja, ja, so, jetzt ruft die Arzt auf. Komm, verpiss dich nicht nur am Crap fressen. Schau doch mal. Hallo. Schau doch mal bei About Me, da siehst du das. Und dann nochmal die Regeln durchlesen, sicherheitshalber, ne? Ich brauche bis 140 weit runter. Ja. Ha, ich habe jetzt den Maddin Loot. Wie, Maddin Loot? Ja, Schalldämpfer. Normalerweise ist Maddin nochmal der Heldig Schalldämpfer absagt. Unfair. Alright, wo seid ihr? Da. In La Bendita. Ja. Genau. Alright. Ich walke dann mal zu euch. Dumm, 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 dumm. Du hast ein Fenster gejumpt. Ja, da war ich gerade. Also, was ich allerdings habe, ist, äh, Rottpunkt. Ich habe hier zwei Rottpunkte, wahrscheinlich. Pünktlich? Habt ihr jetzt schon alles durch, oder was? Nein, noch nicht. Zwei Rucksack hier oben? Na, habe ich schon. Ich komme. Da hinten ist auch noch ein Zweier Rucksack. In einem der Kaputtenhäuser hier hinten. Hier hat jemand, will jemand eine M416? Hier liegt noch eine. Liegt noch eine? Wo? Fenster war ich wieder. Ich habe es mal markiert. Okay. Hätte ich noch eine Scar. Oh, die nehme ich, die nehme ich, die nehme ich. Wo, 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 wo? Hier direkt, wo ich stehe. Warte mal, ich mache sie dir schön. Ja. Da. Erst mal durch diese Trümmer. Dann hat sie den Rucksack genommen, um sie zu scannen. Ja. Wow! Pretty! Pretty Woman, walking down the street. Ja. Pretty Woman. Hä? Ich kann den Text nicht weiter. Ich kann den Rest vom Text nicht. Die gebe ich offen zu. Pretty Woman. Hast du denn hier die M416 gesehen? Du musst du genau schauen im Trümmer. Im Trümmer. Im Trümmer. Im Trümmer. Im Trümmerhaufen. Warte, ich kann noch mal kommen. Wo habe ich es denn genau markiert? Hier war das. Hier, wo ich gerade rumrenne. In dem Haus hier oben, oder? Äh. Wie denn da Trümmer, Alter? Also hier ist nichts. Ne, hier ist es irgendwo. Warte. Wo habe ich das denn ganz genau markiert? Also eigentlich hast du viel markiert, laut der Markierung. Hier, hier. Unterm Benzinkanister. Ja. Dankeschön. Hier hast du noch ein bisschen, Muni. Dankeschön. Wir könnten uns auf den Weg Richtung Impala machen. Äh. Wenn es da hinspringt. Impala? Ja, so grob in die Richtung. Ja. Ja, why not. Da mal los. Ich hätte noch, äh, einen Rotpunkt zu finden. Würde ich nehmen. Einen Rotpunkt habe ich auch noch. Wenn du da bist. Ich habe auch noch einen Scope für jemanden. Falls jemand will. Ich hab schon sechs drauf für M4. Alles gut. Ja, ein Scope wäre für mich ganz toll. Alright. Ja. Ich hab halt nur Rotpunkte gefunden. Doof. Ja. Ach, naja. Jetzt habe ich Lust auf einen fluffigen Schokoladenkuchen. Das ist nicht fair. Ein Sprudelkuchen. Der ist geil. Ein Schokosprudelkuchen. Hätte ich noch eine Scar. Ich esse gleich meinen Obstsalat weiter. Ich hab ja nicht noch drei Kilo davon. Eine VSS, die eigentlich nicht mehr haben. Um satt zu werden. Ja, ich muss halt mein Kram irgendwie aufbrauchen. Und dann habe ich erst an Smoothie gedacht. Und dann hab ich gedacht, ach, scheiß drauf. Schießt. Ein Smoothie. Ein Smoothie. Bin ich. Hier steht ein Moppet. Hallo. Bommardine. Wer hat's jetzt? Wer hat's jetzt? Du, du Sau. Anni. Anni. Komm mal her. Oh. Wow. Oh, hier ist eigentlich Anni's Lieblingswaffe. Es ist nicht mehr ihre Lieblingswaffe. Die Lieblingswaffe ist gar. Let's do this. Let's do this. Was? Muss an den Kuchen aus? MTV's. What for TV denken beim Thema selber backen? I don't know what you're talking about. Für mich war MTV noch nicht so eine Sache. Viva war immer noch groß. Gibt's Viva noch? Viva? Wow, jetzt sind wir echt diese kackigen... Das macht mich wertig hier. Zwei Rucksack, zwei Helmany. Habt ihr mich jetzt hier vergessen? Habt ihr mich jetzt hier vergessen? Ach, den Suff. Ja, das war eine Motorrad. Ich war schon auf dem Weg. Erklär mal, Urban. Hier ist noch ein Einer-Rucksack und ein Rotpunkt. Keine Ahnung, das scheint es wieder liegen. Was ist das mit Weste, Walkie? Die fehlt. Also ich weiß, dass ich noch zwei Weste brauche. Ich hab gar keine Weste. Das meint er wahrscheinlich. Das kann gut sein, ja. Dass Walkie jetzt quasi für mich sagt, was du noch brauchst. Ich kann Fünfer und Siemer Muni gebrauchen. Kommst du hier hin, wo mein Marker jetzt ist? Dann liegt noch eine AK mit ganz viel Muni. Wenn auch ein Weg. Dauert bloß eine halbe Stunde. Was? Viva wird Ende 2018 eingestellt? Was? Wollen wir hier... Wir wollen ja nach Impala, ja. Ich lauf schon mal los. Ja, dann hol ich eine X-Cloud eben ab. Was? Das wird eingestellt. Ah, jetzt ist Martin, wo ist X-Cloud? Hier hinten, mitten auf dem Feld. Etwas rechts von mir. Siehst du mich nicht? Direkt hinter dem Baum. Ja, dein Marker ist in diesem Baum untergegangen. Nee, das... Ach, ich hab kein MTV geschaut irgendwie. Das war nicht so mein... Viva war auch nicht so... Ich weiß nicht, was ich gemacht hab, aber das nicht. Ist das eine gute Erklärung? Oh, oh. Danke. Komm, drop genau bei mir, ja! Komm, jetzt, genau, jetzt, 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 jetzt! Er ist schon raus Richtung Süden. Sauhund. Ja, zu weit weg. Oh ja, er ist recht. Äh, Richtung Norden meine ich, nicht Richtung Süden. Ist es echt da hinten? Nee. Ich fahr grad hin. Eini, pass auf, du bist allein da hinten. Ja, ich will die Leute abballern, die da hinten wollen. Wo ist es? Direkt bei mir. Und, hast du viel inspiriert? Du, Großer, ein Gilly, dreier Helm, dreier Weste. Ja, das ist klar. Es liegt dann zwei Helm, die ich brauchen könnte. War alles nicht so aber total aufgeregt, dass alles abgeschaltet wird? Natürlich! Hallo! Wie kann man? Hab ich Fahrzeug durch Sunny? Ja. Ich hab hier noch grad, keinen gesehen gerade. Ich bin aber auch durchgerusht, also... Ich komm auch grad irgendwo. So... Zwei Weste hier bei mir. Hm. Magerlich drauf. Brauch jemand... Das brauch ich. Erstmal callen wollen, aber selber nicht. Ja, muss ich mir später mal anschauen, was ihr genau meint. Vielleicht kenn ich's ja doch. Hier ist noch ein Zweier-Helm. Brauch jemand? Ja. Nee. Ich nicht. Falls jemand ne Weste sieht, mal callen. Ich hab noch gar keine... Warte, wo bin ich was von einer Zweier-Weste gesagt? Ja. Da wo mein Marker ist. Okay. Direkt hinter dir, Anni. Das Haus hier. Unten. Ah, okay. Ich hab wieder verdrängt, dass ich hier eine Weste brauche. Ich hab jetzt ein bisschen drauf gewartet, dass Walkie dann gleich wieder im Chat schreibt. Weste! Vor allen Dingen mich halt dabei taggt anstatt dich, weil du sie ja brauchst. Ich hab ne einer Weste gefunden. Wo ist denn die Zweier? Oder gibt's nur ne einer? Oder bin ich dem nicht? Da war auch ne Zweier... Hier... Kommen sonst hier rüber zu mir oben. Da ist noch ne Zweier-Wester. Jetzt steh ich genau drauf. Jetzt geh ich hier auch nicht weg. Alright. Ja, einfach dämlich. Bist du durch das Fenster? Ja. Ja. Thanks. Ich bin durch Fenster. Du bist so abweg, dich hör ich nicht. Ich hab das aber gehört. Genauso wie ich das auch... Das war ich. Ja, hab ich gehört. Vieroscope abzugeben. Ich hab noch nen Dreier, falls jemand will. War das Rucksack? Scope. Scope. Ah. Ja, hätt ich gern. Awww. SLR oder sowas. Ne DMR. Bei... Anni. 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 Willst du jetzt mein Dreier-Scope oder was? Ja. Wenn wir schon mal grad dabei sind. Ja. Und im nächsten Raum bin ich wieder einen. Ich kann halt noch nicht wieder abgeben, ne? Ich finde, er hat schon wieder nen Dreier gefunden. Ich hab ja auch den Rundpunkt. Den Rundpunkt hab ich grad da hingeschmissen. Manni, brauchst du noch irgendeinen? Nein, ich brauch nen Zweier-Helm und nen... Einen Daumengriff braucht keiner, ne? Und ne gescheidene Fernkampfwaffe. Ich hab ne AK grade irgendwo gesehen. Ja, hier bei mir ist ne AK mit Muni. Ich renne schon mit der 5 Mark K da rum. Wenn ich es so hier haben würde. Was willst du ne M16 haben? Oder ne Scar? Ich werd schon was finden. Ich hab... Nahkampfwaffe hab ich. Ich brauch was für den Fernkampf. Hat jemand MP? Eine DMR oder ne K98, so was in die Richtung. Hat jemand MP oder nicht? Nein. Zweier... Zweier Rucksack, Zweier Weste direkt bei mir mit AK Muni. Hier ist auch noch Zweier Weste. Also das Muni angeht bin ich jetzt mehr als blind. Uuuuuh. Ja, ne M24. Was hast du gefunden? Ne M24. Du Sau, du. Warum wundert mich das nicht, dass der was findet? Ich hab's gehauen. AK. Da geht... Wo ist der Drop? Auch nicht so weit weg von uns. Wo denn einer? An der Stadtende. Wir müssen eh die Richtung. Weg los. Ich bräuchte halt nen Helm. Immer noch. Ja, wir coilt ihr doch gerade immer noch, oder? 1er Helm. Ich renne aber keine 10 Kilometer wegen nem Helm. Also würdest du einen Zweier Helm haben. Ah, wär von Vorteil. Ich mein, der du bestimmt direkt vor die Füße würdest. Ah, da liegt doch einer. Alter, bei mir buckt das gerade. Du musst doch nur genug fluchen in PUBG. Genug geflucht, ist halb gewonnen. Schon weit weg. Es ist auf dem Hügel noch. Ja. Das ist nicht so weit. Es geht aber... Es steht direkt im Pickup. Ja, braucht man aber nicht, oder? Doch. Alter, wir müssen nach Leone. Das müssen wir verarschen. Ja, deswegen. Also Pickups sollten wir schon nehmen. Ja. Können wir auch am Tropf vorbeifahren. Correcto mundo. Meins. Ja, ich bin bedient, also... Meins? Exi, komm. Ich bin ja auf dem Weg. Ich bin gleich schon am Drop. Oh, die Haken hat her. Ja, drehen ein bisschen rum, drehen ein bisschen rum. Ja... Perfekt, ganz... Bis ich da bin, bin ich schon lange tot oder so. Boah, wehe, ihr seid jetzt erst da. Ja, das ist so. Also ich meine, wir fahren jetzt mit dem Pickup an dir vorbei, ne? Also... Halt deinen Mund! Guck mal, dass Anni auch weiß, dass wir da sind. Oh, Alter, das ist so weit weg. Ja, fahrt. Ja, genau. Da vorne ist er. Bis ich da bin, du! Wir halten auch, schau, dass hier nicht irgendjemand noch rumfährt. Ja, ne, jetzt ist er eh nicht mehr spannend. Einer geht zum Drop, die anderen guck. Nicht? Okay. Ah, ne Auk. Hm. Wer nimmt jetzt was? Ey! Hey! Ich hab doch gar keinen Heikofer! Echt nicht? Okay, na gut. Ich hab sechs Energies. Brauch jemand? Ja, ich hätte gerne einen. Ich geh jetzt erstmal Richtung Zone. Alright, wir gehen erstmal Richtung Zone. Echt? Wo, wo denn hin jetzt, Leute? Wo genau hin wollt ihr? Also, wir müssen auch nicht mehr fahren, Leute. Das ist nicht weit, ne? Ich würd sagen, da rein. Wir müssen aber los! Ja, das ist in Ordnung. Los! Alles gut. Fährt Anni? Ja. Okay. Ja, was soll ich machen? Alles gut. Wollte grad sagen, drückt bei dir hingeschilft. Ja, mach ich doch schon. Das Ding ist jetzt hier kein, ne? Naja, gut, der ist halt ein Berg. Frau am Steuer halt, was wollt ihr? Und bergaufwärts, ja. Frau am Steuer und bergaufwärts. Ja, ich werde jetzt noch kurz los kommen. Da, aber rechts am besten. Ja, aber rechts. Echt? Recht, 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 recht. Rechts, 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 da in die Kante rein. Ja, hoch. Halla, Jude! Gut, Strafe. So. So, den hat nicht mal gut geparkt, ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Halla, Jude! Ich hab schon ein Schlimmeres erlebt. Brauchst du ein Achter, Strubbel? Ähm, willst du dafür ein Sechster haben? Wäre mir lieber, weil ich nur eine... Ja, ja, komm. Drop, drop, drop! Du Sau, hat nicht gedroppt. Du bist doch gerade an mir vorbei. Ich bin schon Kilometer rein vor dir. Ich war der Erste, wo vorne war. Als du mir sagtest, ob ich ein Achter haben möchte, hab ich dir das Sechster direkt dahin geschmissen. Dann bist du an mir vorbeigelaufen. Nein. Da war ich schon hier vorne. Ich bin die ganze Zeit gelaufen. Ich bin an dir vorbeigelaufen. Ich war der, wo er ganz vorne war. Ähm, Martin war wieder mal der, ja. Ich bin die Vorhut. Wihuuu. Der, der zuerst kommt. Hat noch jemand einen vertikalen Griff zufällig? Nein. Scheiße, negativ. Ich hab immer noch vier Fragen zu geben, falls einer Interesse hat. Mein Vertikalgriff hab ich vorhin auch abgeholt. Es ist so ruhig. Kann nicht sein, du redest. So ruhig. So ruhig. Hm. Ah, wo laufen die kleinen Armeiren? Nirgends. Ja. Irgendwie. Die sind alle in der Stadt mittlerweile. Ja. Aber da seh ich halt auch keinen rumlaufen. Ja, ich auch nicht. Ja, die haben sich jetzt hier ein Board rausgesucht, wo sie sich nicht bewegen müssen für diese Zone und werden da auch erst rauskommen, wenn die Zone so raustreibt. Genau. Ach. Viele werden doch looten gehen. Nein. Looten wird jetzt keiner. Mäh. Die Zeit zum Looten ist vorbei. Es ist immer Zeit zum Looten. Oh. Richtung 285. Scheißzone. Ja, aber ein bisschen weiter hinten. Ich hab's nur gehört. Alright. Klof mal zu euch. Natürlich. Bumm. 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 Das gefällt mir echt gar nicht, ja. Ja, das ist doch beschissen, so ein scheiß Housewives. Meistens siehst du nichts, bis es zu spät ist. Genau das. Aber echt? 2,30. Ja. Und direkt vor uns irgendwo. Junge. Ich hab mal 8-fach, falls jemand eins will. Das brauchen wir jetzt schon nicht mehr. Meine Sniper ist auch völlig überflüssig. Ah, naja. Hast einen Vorteil, One-Shot. Ich höre einen, direkt vor uns. Ja, ich bin auch gerade gehört. Oberhalb auf dem Ding. Auf diesem Rohbau. Ja, Richtung 2,50 ist noch was Schallgedämpftes. Ja, aber da kommt es ja jetzt hier nicht hoch, oder? Ja, Rohbau kriege ich nicht. Ja. Und jetzt holen wir noch ein bisschen kleiner. Martin, wenn du mir im Rücken deckst, kann ich hier vor uns, also 2,50 sitze ich in diesen Rohbau rein, auf die Treppen. Oh no. Ich bin der Coole. Alles klar, ich gehe auf die Treppe. Okay, ich bin drauf. Ich muss mich verraschen, wieso komme ich jetzt nicht hin und mir aus? 2,30 läuft gerade einer über die Straße. Sein Kumpel hat wahrscheinlich gerade geschossen, äh, vor Ausrichtung 2,10. Äh, Papi, mich doch verarschen, ich komme ja nicht mehr raus. Wo läufst du denn? Oh, scheiß. Doch, da vorne links. Du läufst doch. Ja, da solltest du eigentlich rauskommen, wenn du ordentlich hochläufst. Ja, nicht die ganze Zeit nicht mehr springen. Ja, du bist die ganze Zeit gesprungen. Ist klar, dass du da nicht hochkommst. Was ist der Scheißer mit seiner K? Links von uns irgendwo. Ja, ich sehe ihn nicht. Oh, 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 oh. Im Rohbau oben. Denk ich. Na gut, um den hat sich gerade jemand gekümmert, den ich gerade gespottet habe. Hier hinten bei den Hallen. Ja. 350 bei den Hallen. Links, ich habe die K wieder gehört. Müsste sich jetzt jeden Moment bewegen, aber ich sehe absolut keine Rührung. Oh, der läuft direkt vor mir. Tod? Das ist der mit der K. Da laufen zwei Richtung 295 hinter der Halle. Hinter der letzten Halle. Ja, da waren welche. Ja, in der grünen. Pass auf. Na, das sind drei Leute direkt in der... Kommt in die Zone hier zwei. Anni, Strobel. Hier drüben in der Halle, wo es rot markiert ist. Das sind drei Leute. Ich muss aus der Zone kurz raus, verdammt. Oh, shit. Mehr leben nicht, oder was? Hallo, Borussin. Was geht? Wir schießen da noch. Geht's, hier steht's. Ja. Also da die drei Leute, die in der Halle waren. Dann links von uns ist einer, der auch noch am Rand der Zone ist. Hey, hier liegt ein Drop, lol. Wir müssen aber im Prinzip linksrum zirkeln. Ich würde rechtsrum zirkeln. Ich würde rechtsrum. Rechts durchs Haus. Ja. Oder hinterm Haus. Hinterm Haus. Weil da hinten in der roten Halle ist einer drin gewesen gerade. Naja, nicht nur da. Ich glaube, hier im Haus ist auch noch einer drin. Definitiv in der roten Halle, ja. Ja. Leider, nicht rennen. Da läuft einer Richtung links. Zwei Leute. Hinten. Wer da hinten waren die von diesem Compound da? Haben diesen einen Truck da vorbei? Oh, beginnt langsam zu werden. Äh, zu starten. Ja, noch ein anderes Team. Oder auch nicht. Da drüben beim, in der Grünhalle. Wir haben einen Vorteil. Ganz ohne. Bleib ruhig. Geht in Deckung. Und spottet. Sicherheiten, noch nicht viel. Links von den Eccretien. Ja. Da. Ach, da. Ganz rechts am Halle in der Halle gestanden. Nate, zu mir. Nein, das ist auf der rechten Seite der Halle, bei der Halle, die ich mal kippt habe. Ah, shit. Ja, der hat mich gesehen. Der sitzt hinter dem, nächste Nate zu dir, Martin. Ja. Der, ich bin tot. Hinter dem, der live, da lief einer. Großer, großer mit Schalldämpfer, Martin. Und jeder Menge Muni. Einer ist links rüber. Ah. Einer von links. Einer kommt genau zu euch. Einer kommt rechts, über die rechte Seite zu euch. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Was ist das für Arschen? Ey, der hat genau gewusst, wo ich hock. Das ist nicht Legend, Alter. Rechts an dem Container, Arnie. Ja. Das ist nicht Legend, Alter. Ja, der Grief war ja auch nicht gefühlt. Schade. Vielleicht hättest du ja in den Rauch kommen können und nicht verziehen können. Ja. Ich war zu weit links, aber auch nicht. Ich meinte jetzt am Ende, Arnie, aber... Ich hab nichts mehr gesehen, da kam noch eine Granat. Alles gut. So, Leute, das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. Was ein Schatz.